Dominik Thiem steht in der Wiener Stadthalle zum zweiten Mal nach 2013 im Viertelfinale. Dort bekommt es die Nummer 1 der erste Bonk Open 500 mit dem Japaner Kai Nishikori zu tun. Spox erklärt, wo du das Spiel live mitverfolgen kannst. Spielplan 1. Bonk Open 500 Wiener Stadthalle, Freitag 26. Oktober Die Partie Dominik Thiem gegen Kai Nishikori ist am Freitag als zweite Partie angesetzt und wird nicht vor 14.30 Uhr stattfinden. Dominik Thiem gegen Kai Nishikori, live im TV, Livestream und Live-Dekada ORF lässt sich das Heimturnier naturgemäß nicht entgehen und überträgt von 22. Stem bis 28. Oktober auf dem Spartensender ORF Sport täglich umfassend live von den Tennis Erste Bonk Open 500. Das Finale am 28. Oktober ist auch live in ORF 1 zu sehen. Die Übertragungen sind via TV-Tech auch als Stream empfangbar. Zudem zeigt Sky Sport Austria das Stadthallenturnier ab 23. Oktober täglich live von 13 Uhr bis 22 Uhr. Mit Sky Ticket kann auch ohne Abonnement ein flexibles Streaming-Angebot des Pay-TV-Senders genutzt werden. Punkt. Teams Gegner, das ist keine Shikori ATP Single Ranking, 11 Schlaghand, Rechtshänder, Rückhand, beidhändig, Geburtsort, Nationalität, Simane, Japan, Alter, 28 Jahre, Profi, seit 2007, Körpergewicht, 75 kg, Körpergröße, 1,78 Meter, Werbung, Werbung. Musik Musik